Danke sehr. Ich darf Sie im Namen der Waschhaus Dombos Karlsruhe recht herzlich begrüßen und wünsche Ihnen im Laufe des spät angebrochenen Nachmittags noch viel Spaß. Bis jetzt hörten Sie ja noch kulturelle Veranstaltungen und jetzt machen wir Dixieland. Ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt, wahrscheinlich in Dixieland. Wir machen Dixieland Mainstream und singen ab und zu mal ein kleines Liedchen. In Englisch, weil ich damit mein Deutsch. Das soll ja modern sein. Als nächstes Stück ein Stück, das für uns alle interessant ist, da wir in der Ölkrise leben. Wir wollen damit die Araber etwas streicheln. Wie sagt man so schön? Götz von Berlichingen. The Shake of Araby. Das ist ein Stück, das ist ein Stück. Musik 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 Musik